Herr Hörstl, Sie sind vor dieser Konferenz als Schwergewicht vorgestellt worden. Wie hätten Sie sich vorgestellt? Auf dem Weg etwas schlanker zu werden. Ich meinte das nicht gewichtsmäßig, sondern eher, ich sag mal, von Ihrer Popularität her. Oh, das ist auch schwierig, denn Popularität ist nicht entscheidend. Die Entscheidung besteht darin, ob man tatsächlich einen gangbaren Weg gehen kann, der Menschen und Völker verbindet zu etwas Gutem, statt wie jetzt die Regierung es versuchen, Menschen und Völker zu schlechten Dingen zu verabreden und zusammenzuführen. Aber Sie scheinen ja doch eine Stimme zu haben, die zu Popularität geführt hat. Sie sind gesuchter Redner und haben hier auf der Konferenz auch zu großem Applaus aufgerufen. Sind Sie damit an Ihrem Ziel angekommen? Das Ziel ist ja die Veränderung. Und alles, was dafür notwendig ist, tun Freunde von mir und ich und viele Menschen hier auf der AZK-Konferenz. Das weiß ich wohl, deswegen komme ich so besonders gern hierher, weil ich hier ein bisschen zu Hause spüre. Und das ist entscheidend eigentlich, dass wir unseren Zielen näher kommen. Die Entscheidung wird nicht mit der Popularität getroffen, die Entscheidung wird auch nicht mit einzelnen Individuen getroffen, sondern mit der Masse der Menschen, die in die richtige Richtung geht. Und das sehe ich hier zum Beispiel. Sie haben sogar gesagt, dass der Besuch auf der letzten AZK-See von den Sockengauen hätte. Was haben Sie denn damit gemeint? Ich war gefühlsmäßig so überwältigt davon, dass ich merkte, als ich den Ivo Sasek nachher umarmt habe, weil ich mich so gefreut habe, das war ganz spontan, dass ich gezittert habe am ganzen Körper. Total irrsinnig, es ist mir noch nie so gegangen und auch nicht mehr seitdem. Und das waren schon ein entscheidendes Erlebnis. Wie war es heute? Ohne Zittern viel mehr Freude, auch viel mehr Entschlossenheit und, was ich ja leider auch sagen muss, eine hoch ärzte Situation. Wir können uns keinerlei Zeitverzug mehr leisten. Wir müssen sofort zielgerichtet loslegen. Und wenn ich da ein bisschen beitragen kann, dass das passiert, dann ist das sehr wertvoll. Können Sie sich noch daran erinnern, welche Aussage von Ihnen heute zu dem größten Applaus geführt hat? Nein, ich habe leider keine Erinnerung an sowas. Ich schaue, dass ich meinen Vortrag gut durchkriege, dass die Menschen mich verstehen. Ich freue mich über den Applaus, sage ich an dieser Stelle gerne nochmal, aber weiß ich nicht mehr. Es war der Satz, der Globus legt es nach Überwinderethik. Ja, das ist auch ein Satz, wenn ich den höre, freue ich mich schon. Den habe ich da gesagt, das freut mich auch. Es ist ja tatsächlich so, dass wir vielleicht auch glaubensmäßige Unterschiede haben weltweit. Aber eine überwindende Ethik, die tatsächlich etwas Neues schaffen kann, das allen Menschen gemeinsam nützt. Übrigens auch Oligarchen, ja, die nämlich auch wahrscheinlich sich danach sehnen, nicht mehr von einzelnen Menschen als Verbrecher bezeichnet zu werden und die ein vernünftiges Leben führen wollen. Auch die wollen wir gerne da mit an Bord holen. Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie da jetzt schon weiter sind als noch vor ein, zwei Jahren? Wir sind weiter, aber das Problem ist, die anderen sind viel weiter gekommen. Also haben wir jetzt eine Aufholjagd. Das ist unser Problem. Sie verlassen jetzt wieder die AZK zum nächsten Termin. Was geben Sie den Menschen, die heute hier gekommen sind und auch denen, die im Internet noch von dieser Konferenz erfahren, was geben Sie denen vielleicht noch als Wort mit? Macht genauso weiter wie bisher. Ehrt eure Gruppe und eure Ziele. Lebt dafür und wenn ihr könnt, macht etwas mehr. Wenn nicht, kein Problem. Auch der liebe Gott tut sein Schärflein dazu, wenn Menschen es nicht alles können, aber sich ehrlich bemühen.